Das war pünktlich in zwölf Märchenstunde in der Verbruntenwelt. Ihr habt es gesehen, direkt das Video, das ist alles mit der ganz heißen Adel geschickt heute Abend. Können wir noch ein Leider, dass er Licht ausmacht? Das ist das Video. Ich habe dich überfahren. Ja, auf nächster Sinn, mal wieder die Verbruntenwelt. Wir stellen hier eigentlich kein Projekt vor, sondern wir gehören zum Inventar. Diese Version ist jetzt nicht ausdrücklich für die Nussregeln ja 2007 gemacht worden, sondern wir zeigen euch hier den aktuellen Arbeitsstand. Das bedeutet, wir haben auch gerade relativ kurzfristig noch ein paar Änderungen vorgenommen und es kann durchaus sein, dass das alles in die Brunnen geht. Ihr werdet es sehen. Das ist richtig, das heißt. Entschuldigung, im Hauptmenü, wir können die Optionen... Wir unterstützen zwei verschiedene Spielmodi, zum einen das klassische Spiel mit zwei Parteien, zum anderen Geplänke. Im Geplänke wiederum unterstützen wir verschiedene Spielmodi, ja verlängungsweise. Gefecht sind ganz normale zwei Spielerkarten, Spieler gegen Computer. Infinity bedeutet, der Spieler spielt gegen einen Computer so lange, wie er zerstört ist, und zwar indem der Computer Angriffswellen sendet und keine eigene Basis baut und der Z-Spielbruch ist. Das ist dem Klassiker Z nachempfunden, da kämpft man den Sektor an. So, wir wollen aber hier heute noch das Klassiker haben, wir zeigen euch die allererste Institution auf der APW-Seite. Klassiker Z nachempfunden, da kämpft man den Sektor an. Klassiker Z nachempfunden, da kämpft man den B 자�ронischen A-Ling. Dreh es nicht mal zu unter. Zane, wir wollen den Sektor an. Klassiker Z nachempfunden, wir haben einen R imperium. Zene, wir können die Lager um die Reihe zu verarbeiten. Oder wir wollen den Sektor an. Das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020